Allein sein bedeutet für mich alleine sein. Ist man ja oft genug, aber das ist ziemlich wichtig, um mal so Bestandsaufnahme zu machen vom Leben, von der Situation, wo ist man gerade, was hat man erlebt, was muss man noch bearbeiten. Also gefühlstechnisch gab es irgendeine Erschütterung, die man noch nicht so ganz abgekaut hat, die einen noch so rockt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig allein sein können oder sich ertragen können. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, da war ich 16, ja also im Leben muss man alles mit sich selbst ausmachen. Dieser Satz begleitet mich wie so ein Schatten im Alltag. Der kommt immer ab und zu so vorbeigeschneit und so. Alleine. Du musst alleine sein. Alleine. Ich musste alleine mit dir ausmachen. Ganz ein kleiner Fluch.